Dessen Titel, also dessen Titel ich nicht verraten möchte, ich möchte nur so viel verraten, er ist der, bitte schön uneinig bleiben. Von Johnny Flash? Diesmal von Johnny Flash, genau. Johnny Flash hatte auch ganz schwer damit zu tun. Ähm, genau. Ich will nur so viel verraten, er ist der Burner auf 70 jährigen Geburtstagen. Alles, alles an der, und du siehst doch aus wie 60 eigentlich. Höchstens, höchstens sag ich jetzt nur. Das freut mich nicht zum Felsen. Hast sie nicht gerade gesagt, du bist 70? Stimmt, stimmt gar nicht. So. Jetzt von deiner Seite oder wie? Ja, bevor ich hier noch irgendwas Falsches sage, möchte ich gerne dieses nächste Lied ankündigen. Ähm, wie lang? Ist der Burner auf 70 jährigen Geburtstagen alles an der eigenen Vermannschaft ausgetestet? Ihr könnt da mitmachen. Tine, alles klar? Ja, alles ungewohnt. Scheiß auf Monoten. Ja, du bist live. Ich weiß nicht. Ich muss ja noch was von vorne machen. Das tun wir live. Der Hintern ist einmal zu dick. Entschuldigung. Ne, das ist hier der Durchgang, der ist nicht eng. Hast du noch ein Lied über dicke Hintern? Ja! Ey, woanders wird das unter Sexismus geführt, ne? Da gibt's erst mal auf den Deckel. Ne, ich hab was Unverfängliches dabei. Geht auch ein bisschen um die hintere Partie. Ihr werdet's dann mitkriegen. Ihr könnt ja mitmachen. Im Refrain mach ich dieses Zeichen hier und dann wisst ihr, was zu tun ist. Ja. Dieses Zeichen. Ich kann nicht mehr sitzen. Ich kann nicht mehr stehen. Ich will nur noch die Wände hochgehen. Ein stechender Schmerz hinterwärts. Hält mich auf dem Bein. Ich könnt nur noch weinen. Ob am Bäcker oder auf der Straße. Oder im Café. Das tut weh. Gesichtstype entgleisen. Mimiken verheisen. Das kann doch nicht sein. Ich arme Schwein. Hämorin. Aschgruin. Im Analbereich. Im Analbereich. Hämorin. Hämorin. Ja, ich werd langsam mal zum Doktor gehen. Der soll jetzt mal Hattern legen. Diese Schmerzen an jener Gegend. Wirklich sehr bewegend. Hämorin. Aschgruin. Im Analbereich. Im Analbereich. Hämorin. 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 Hemmoid Ich war in dieser Angelegenheit schon ein paar Arme so weit Eine Woche voll Pension, Zwecks Operation Ich bin da übrigens kein Einzelfall, hier holt man sich nämlich überall Der Onkel Doktor meinte, was ich bräuchte, wer ab jetzt hat es bräuchte Hemmoid, Askoid, in meinem Allbereich, in meinem Allbereich Hemmoid, 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 Hemmoid Schnauze Vielen Dank